Heute wird es um meinen Fettarsch gehen. Leute, bei mir läuft einfach. Ich gehe regelmäßig ins Gym, um ein bisschen Bewegungsausgleich zu haben, um meinem Körper was Gutes zu tun. Die Folge ist, ich habe einen ganzen Tag Schmerzen und kann nicht schlafen wegen Muskelkater. Irgendwie Mist. Ich gehe eher ins Bett und schlafe mich aus, um mich ein bisschen zu regenerieren. Die Folge ist, ich kann eh nicht schlafen, verpenn den halben Tag, verpasse Termine und Leute sind sauer auf mich. Einfach perfekt. Naja, immerhin läuft der Channel. Ach komm, kannst du doch echt keinem anbieten. Ich will jetzt hier nicht rumheulen. Nein, nein. Ich möchte euch nur moralisch erpressen, damit ich mich ein bisschen besser fühlen kann. Ja, ist gut. Wir haben ja noch einiges zu erledigen heute, ne? Fangen wir mal an. Okay, drei, zwei, eins. Gut. Bonnie? Ja, das ist Geräusch Nummer drei. Nach dem vierten muss ich aufstehen. Ich brauche ein bisschen einen größeren Abstand auf Foxy zu Freddy. Ich muss Foxy ein bisschen pausieren. Ich glaube, es ist gleich um fünf auch. Das ist mein zweiter Versuch. Für heute. Ich hoffe, ich kriege das hin, Alter. Mann, nerv nicht. Ich hoffe, mich anzukotzen von der Seite. Okay, ich muss. Ich glaube, ich habe es gehört. Ah, mach Gas. Komm. Zieh den Finger. Muss los. Ja, genau deswegen, Alter. Aber zum Delivery. Sie dürfen mich nicht sehen. Ich habe nichts bestellt. Oh, ich glaube, Foxy kommt auch gleich. Habe ich jetzt nicht die Übersicht. Drei, zwei, eins. Spaß, ich kann hellsehen. Ich brauche immer noch ein bisschen größeren Abstand auf Foxy. Was ich nämlich jetzt erst gecheckt habe, ist, dass jetzt ist um fünf. Das macht mich kirren. Jetzt nervt Chica wieder übelst rum. Was ich jetzt erst begriffen habe, ist, auch durch eure Kommentare, dass die aufeinander warten. Sodass sich der Abstand ausgleicht. Das heißt, du musst hier immer on point sein mit dem Pausieren. Shit, 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 shit. Ich habe jetzt nicht auf Bonny gehört. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Eins. Reicht noch, reicht noch, dass beide durch sind, bevor Bonny kommt. Das war doch eins, oder? Ab um fünf könnten es auch weniger Geräusche sein. Ich muss da unbedingt reingucken in das Loch. Jetzt auch die ist sad. Normalerweise zwei. Ah, siehst du, der ist schon auf Stufe drei. Wenn ich jetzt nicht geguckt hätte, wäre ich tot. Eins haunt noch. Ich brauche Abstand auf Foxy. Ich brauche auf beiden Abstand. Die sind übelst schnell jetzt ab fünf. Oh, halt's Maul. Mann! Ich muss Freddy auch aufhalten. Okay, hoch. Oh Gott. Bonnie, Freddy, Foxy. Mach hin! No! Doch nicht so close. Oh, Foxy rennt hinterher. Komm schon! Oh mein Gott! Second try, Alter. Oh, warum habe ich mich damit so schwer getan? The haunted woods increase paranormal sightings nearer the countryside sparks interest from full investigation. Irgendwelche gruseligen Erscheinungen dort in den Wäldern. Seite 12. Oh, ey, war das stressig. Und das war erst nach zwei und es gibt, es gibt fünf? Richtig? Ja, klar, Five Nights, ne? Oh mein Gott. I don't know. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich habe schon bei der ersten Nacht echt Probleme gehabt, Mann. Puh! Okay, das ist, das ist wirklich, das ist wirklich crazy, ey. Ich habe mich da so schwer getan. Rein konzeptionell waren die ersten beiden Nächte überhaupt nicht schwierig, eigentlich. Aber das zu erledigen war dann irgendwie doch komplizierter, als es sich vorher angehört hat. Okay, jetzt sind wir hier. Ah, Nacht 3 oder Erinnerung 3, sozusagen. Viel Spaß an mich. Hast du auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da schon mal, dass ich das hier geschafft habe bis hierhin. Yimmy! Vor Jahren habe ich gedacht, dass was ich sah, einfach ein schlechter Traum. Was, das nicht möglicherweise real gewesen wäre. Warum würde es? Monströse Beine kommen, um ein hilfreiches Kind aus den Schäden zu bekommen. Sie schreien ihre Hände aus dem Bett. Sie schreien durch den Schäden. Ein normaler Schäden für ein Kind, richtig? Nichts, wie real es fühlt. Well, die meisten von dem, was nachher ist, ist Foggy. Es fühlt sich eher als ein Traum, als das eigentliche Schäden zu sein. Um, Mom kam zu retten, mich zu retten, mich zu retten und mich zu retten. Ich war Angst für meine Leben. Es war das Schädenste Moment von meiner Leben, für sicher. Ich habe noch nie eine Crybaby, aber. Ich schaue. Ich habe noch nie ein Kind, die Menschen gesagt haben, dass sie mich nie gesehen haben, oder schreien, oder sogar schreien. Also, wenn ich mich nicht so schrecklich war, während ich all das alles war, würde ich mich nicht so schrecklich sein. Aber das war das Schrecklichste Sache, um das Nacht. Selbst wenn ich noch nie ein Piep gemacht habe, als ich von meiner Mutter von meiner Mutter entfernt wurde, weg von der Nachtmärkung. Ich erinnere mich immer noch, dass ich meine eigenen Schreien höre. Oh Gott! Der Kronleuchter! Das ist nicht real. Das ist nicht real. Ich bin nur träum. Niemand davon ist real. Oh oh. Ich habe Hunger! Oh oh. Oh Gott! Was ist das? Das ist so gut gemacht, Alter! Mel? Nick? Anthony? Sam? Wo bist du? Jetzt begreife ich das. Das war diese erste Joy of Creation Demo. Was ist passiert? Wo wir nur Freddy als Gegner hatten, war das nicht so? Oh, er findet das Office. Was? Was ist das? Was ist das? Die Monster-Slayer? Die Monster sind rund im Haus. Hier ist dein trustige Flashlight. Oh, ich muss die wegflashen. Ich muss erstmal wieder hören und lernen, was man da machen muss. Diese Nacht habe ich nie geschafft, by the way. Aber ich habe es auch nicht wirklich krass probiert. Ich war da ein bisschen eingeschüchtert und gefrustet. Nick. Sam. Anthony. Okay, let's go. Hm. Bündnis, die Mechaniken zu rallen und damit eine Grundlage zu schaffen, die Nacht dann vielleicht doch hinzubekommen. Okay, WASD, aufstehen. Alter, er hat einen Setupigen Streamer, Digga. Was ist eigentlich los mit ihm? So, nur erzähle mal. Verstehe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hier haben wir... Ich weiß nicht, die Stunden, die Tage... Ich glaube nicht, dass es hier mehr wichtig ist. Alle Ohren sind angehalten. Ich... Ich glaube nicht, dass das Sonne immer aufhört wird. Ich bin nicht verrückt. Das stimmt gar nicht. Sie haben das auch gemacht. Ich... Ich weiß nicht, wie viel Zeit lang ist. Ich weiß nur, dass ich... ...hier kann. Okay. Sie warten von mir draußen. Nur hier ist sicher. Ich... 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 Ich habe diese Messungen für mich selbst. Was im Teufel sitzt da auch wer drinnen? Ich helfe mir, was sie tun und wie sie agieren. Ich meine, dass sie alle in die Seite gehen wollen, aber... Ich... Ich kann das machen. Ich kann das machen. Ich kann das machen. Ich kann das machen. Okay. Durchs Fenster auch? Auch durchs Fenster? Ein altes Kamerasystem. Ich habe mich für Spaß in dem Haus installiert. Ein lange Zeit... Ein altes Kamerasystem. Ja, ja, ja. Drei funktionieren. Drei funktionieren. Ja, ja, ja. Ist okay. Okay. Donation, Subs, hast du alles eingerichtet? Was mit Foxy? Okay. Okay, den sehe ich dann in der Cam oder was? Der erscheint an den Eingängen. Okay, ich muss ihn durch die Kamera anstarren und dann geht er weg. Ich sollte die Tür bestimmt nicht aufmachen, wenn er davor steht. Was war das mit Freddy? Ja. Okay, erklärt's nicht. Freddy ist der Schlüssel. Aber wie funktioniert der? Wenn ich den anflashe bei der Tür, dann geht der weg. Ja, ja, ja. Ich glaube, Chica kommt noch irgendwie aus der Wand oder so. Ich höre, dass wir klopfen. Foxy durch die Kamera, Freddy anleuchten. Ja, und jetzt? Und die anderen? Haben die Feierabend, oder was? Oh, nee, die müssen noch Überstunden abbauen. Wait. Oh mein Gott, okay. Wir haben jetzt nur Infos über zwei Animatronics bekommen. Und der Rest war Keuchen, Alter. I'm a family. Verdammt nochmal. Die anderen müssen wir selber rausfinden, oder? Was ist mit dem Eimer und diesen komischen Spinden da, diese Schubladen? Was ist damit? Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss meine, meine Mausgeschwindigkeit hier ein bisschen erhöhen. Das ist irgendwie Reudi. Wait. Wait, was war? Da ist Freddy. Den kann ich doch wegleuchten, oder? In deine Fresse. Okay. Die Uhr läuft. Die Uhr läuft. Warum läuft? War das Foxy? Da ist er. Okay. Gut. Der kündigt sich also durch Geräusche an. Verstehe, verstehe. Freddy müssen wir finden. Und immer rechtzeitig wegleuchten, glaube ich. Alright, 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 alright. Okay, okay. Die beiden habe ich begriffen. Ist einfach. Die Schwierigkeit kommt, wenn die anderen kommen. Wen haben wir denn noch? Chica. Kommt da aus der Wand. Weiß nicht, was ich mit tun soll. Da ist wahrscheinlich hier diese Schubladen und der komische Eimer da irgendwie im Schlüssel. Und wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Bonnie? Oh, war das gerade aus? Okay. Chica. Die Uhr geht immer weiter, wenn ich Freddy anleuchte. Wo ist Foxy? Die Cupcakes! Die sind hier drin. Oh, ist eine Zeitung. Drei Stück. Wo sind denn die anderen? Ich weiß nicht. Wo finde ich denn die? Oh Gott. Hier vorne? Bitte lass doch nicht Foxy sein. Hier, hier, hier. Nee, da ist noch was. Wo ist hier was? Oh, hinter dem Poster. Oh, Alter. Okay. Okay, sehr gut. Ich muss erst mal die ganzen Locations irgendwie auf die Kette kriegen. Gut, 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 gut. Die Uhr zählt immer weiter. Je mehr ich Freddy wegleuchte, was bedeutet das? Ich habe keinen Plan, was das heißt. Foxy. Hier. Irgendwo hat es geklopft. Hier ist Foxy. Komm, hau ab. Okay, sehr gut. Wir haben es bis zum 1 geschafft. Das ist noch überhaupt nicht weit. Ich schätze, ich habe alle gefunden, richtig? Können die Cupcakes auch hinter den Türen sein? Vermutlich schon, oder? Wie ich das Spiel abschätze. Oh. Nummer 1. Weg. Nee, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Ah, wo ist es? Wo soll es sein? Da ist einer. War es das schon? Okay, wo? Ich weiß nicht, wo das war. Es hat auf jeden Fall geklopft, da. Geradeaus. Ich glaube, es hat noch irgendwo... Das sind zwei Foxys! What? No way. Boah, nee, hat die Kamera kaputt gemacht. As soon as I realized, he was there, he just took it down in one swing. They don't do that. None of them have ever... Ich soll Bonnie nicht angucken. Digga, ich weiß nicht, wo. Diese dämlichen Cupcakes. Cupcakes nenne ich sie. I need to fight him. That's Freddy. That's Foxy. Foxy muss weg. Oh! Oh my God! Ey, die Cupcakes, ne? Ich war... Boah, also... Die machen halt Geräusche. Aber... Ich muss... Ich muss dafür sorgen, dass ich mich daran erinnere, dass Foxy zweimal da sein kann. Ich muss die Cupcakes schneller finden. Das war bis jetzt das Schwierigste. Okay. Äh, Bonnie? Keine Ahnung, was mit Bonnie ist. Was ist das? Ich darf den nicht angucken. Hat er, glaube ich, gesagt. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das heißt... Wenn ich mich in den Camps umgucke, muss ich aufpassen. Ja, okay. Halt mal's Maul. Okay, okay, okay. Alles klar. Ich halte die Camps im Blick. Es ist übel schwer, hier eine Übersicht zu kriegen. Aber ich versuch's. Wir... Wir... Wir lernen ja noch, ne? Uff. Ich glaub, so schlecht war das aber gar nicht von Anfang. Ich hab's erstmal alles gecheckt. Ich muss die Locations, äh, herausfinden, wo Freddy steht. Und Foxy. Damit ich da schnell... Schnell hinscrollen kann. Wisst du, was ich mein? Okay. Foxy? Ja. Bedeutet nicht, dass er weg ist. Da ist Freddy. In der Mitte. Hat der jetzt geklopft? Okay, okay, okay. Ich glaub, irgendwas hat geklopft. Ich dachte, jetzt ist es mal in der Mitte. War's nicht? Ich weiß es nicht. Oh man, Alter. Okay, hier ist erstmal nichts. Hier ist auch niemand? Ey, ich... Ich schleudere hier meine Maus rum. Ist fantastisch. Ab um eins kommt Chica, glaub ich. So. Wir müssen aufpassen. Und was ist das jetzt mit Freddy? Mit dieser... Mit dieser Uhr? Das checke ich gar nicht. Was hat das zu bedeuten? Ich hab's noch nicht klopfen gehört. Foxy kündigt sich immer an. Richtig? Nur nachher sind hier so viele Sounds. Dass man das irgendwie nicht mehr so richtig, äh... Distinguieren kann. Ich glaube, der klopft ein bisschen an den Tisch, wenn ich aufstehe. Ja, ja, ja. Ist gut. Ist gut, halt's Maul. Ich weiß Bescheid. Okay, alles safe. Oder? Alles safe? Ja. War bloß ne Lampe. Ich weiß nicht, wann... Wann Foxy reinkommt. Hm. Also, wie viel Zeit ich hab. Okay, Chica braucht ne Weile. Ich geh hoch. Hier. Nee. Uah. Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan. Nein, hinter der Tür. No. Dammit. Da war aber einer. Da war einer. Ich muss mich da nochmal hinsetzen und nochmal gucken. Boah, dass das... Oh, Alter. Okay, 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 okay. Ey, das mit den Cupcakes ist echt fies. Vor allem, dass das drei Stück sind. Ich lade sich da rum und check überhaupt gar nichts. Okay. 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 Das war Chica. Wir haben's um drei. Ronny hab ich jetzt noch nicht gesehen. Ich muss aufpassen hier beim Rumscrollen. Halt's Maul! Oh, wer sinkt denn hier? Hier ist wer. Okay, Foxy ist weg. Und hier? Oh, no! What? Oh, der hat doch smashed die Cam. Aber kann dann... Kann Foxy da auftauchen? Weil wenn nicht, wäre das doch awesome. Dann bedanke ich mich für die Hilfe. Okay. Ein Cupcake hier. Hier. Das war's. Okay, wenn Chica weg ist, bin ich beruhigt. Nein! Damn it! Ist das jetzt für immer fertig? Oh, das ist doof. Oh, das ist doof. Reparieren die sich irgendwann? Nee, der knockt die aus, ne? Oh, ich bin... Ich check das gar nicht. Fuck. Da ist Foxy. Foxy kann da kommen. Er kann. Oh, nein. Oh, nein. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Nummer eins. Hier, hinter. Das ist klar. Aber die gehen halt auch nicht weg. Okay, wenn die... Wenn die... Wenn die Kameras halt futsch sind... Foxy kann dahinter auftauchen. Nee. Foxy will never appear on broken cameras. Wait, what? Das macht keinen Sinn. Die war doch kaputt. Oder funktionieren die nach der Zeit wieder? Und das hat sich jetzt überschnitten. Was? Das war ja komplett verrückt. Hä? Okay, aber ich hab's bis um vier... Das war fast bis um fünf. Da war der Arm. Wo ist das? Scheiße. Wo ist der Cupcake? Oh, ich kann nicht rausgucken. Okay, jetzt hab ich... Jetzt hab ich einen Zappen. Da ist er. Komm, steh auf. Oh mein Gott. Okay. Ganz ruhig. Das ist Foxy. Ja, du musst da weg. Ist hier noch ein Arm? Ist hier noch ein Freddy? Ich muss Freddy wegblinken. Oh Mann. Ich hab das Gefühl, irgendwas Schlimmes... No! God damn it! Ich dachte, da wäre Freddy. Ich glaub, Foxy ist hier. Hier vorne. Ist noch nicht. Kein Arm. Kein Keks. Okay. Ich glaub, das... Das hat ihn jetzt angekündigt. Da ist ein Cupcake. Da ist kein Foxy. Foxy ist in der Mitte. Bonnie ist da. Bonnie... Bonnie moved. Foxy weg. Komm. Hier. Wo noch? Hier. Thank God. Okay. Okay, es ist um vier. Ich hab eine Cam verloren. Das ist Mist. Freddy seh ich gar nicht mehr. I don't know. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Foxy ist da. Äh, Bonnie. Nein! Was? Ich dachte, man kann es auch lokalisieren. Oh, kann man nicht. Oh Gott. Thank God. Foxy kann nur noch da erscheinen. Laut Aussage der. Ich weiß es nicht. Ich hab keinen Plan. Also, ich hab keinen Plan. Was denn? Okay. Was ist denn passiert? Ja, 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 ist okay. Bonnie ist da. Okay. Ich soll mich unbedingt um Freddy kümmern. Da ist ein Cupcake. Da ist ein Cupcake. Komm, steh auf! Das kann nicht sein. Der ist da gerade. Der war gerade nicht da. Das ist nicht euer Ernst. Oh, fast hätte ich das noch hingekriegt. Ey, wenn das stimmt, dass Foxy nicht auf diesen Cap... Wenn, sag ich jetzt mal, gut, wenn alle drei tot sind, macht das wahrscheinlich keinen Sinn mehr. Aber wenn Foxy nur auf der Mittelcam sein kann, macht es übelst Sinn, wenn ich Bonnie ein, zwei Cams ausschalten lasse. Das macht das ein bisschen einfacher. Das ist gut. Okay, das kriegen wir hin. Das fühlt sich viel leichter an. Also, es ist komplizierter, aber es fühlt sich leichter an als die Nacht 2. Aus irgendeinem Grund. Obwohl die simpler war, von der Struktur her. Okay, krass. Aber das macht mehr Fun. Leute, ich hatte nicht vor, unbedingt notwendig, das heute fertig zu machen. Aber wir sind schon echt ein ganzes, ganzes Stück weiter. Wir haben es bis um 5 geschafft. Oder bis zur Hälfte von um 5. Oder ich weiß nicht was. Es wurde irgendwie später rot. Aber, yo, sehr, sehr geil. Dankeschön fürs Zuschauen. Zumindest haben wir nach 2 heute auch geschafft. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich riesig freuen. Und, äh, bis dann. 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 Vielen Dank.